Hallo Ralf, ich habe gehört, dass inzwischen Scooters und Segways auch ein Thema in der Normung sind. Heute wurde im Lenkungsausschuss berichtet, dass ein Gremium für kleine Elektrofahrzeuge gegründet wurde. Kannst du uns was dazu sagen? Hallo Hanna, da bist du absolut richtig informiert. Wir haben auf internationaler Ebene, IEC-Ebene, genauso ein Kleinfahrzeuggremium gegründet, weil es sind einige Sicherheitsfragen noch offen. Wie du weißt, das ganze Thema Scooter, Hovercrafts und Co. wird immer prominenter, auch im Rahmen der Urbanisierung. Und wir stellen uns natürlich einige Fragen hinsichtlich Personenschutz, zum Beispiel was passiert, wenn der Akku leer ist mit dem Fahrer, wird er dann direkt stürzen oder nicht. Das sind Fragen, die jetzt zukünftig bearbeitet werden sollen. Dankeschön!